Okay, also das hier ist der Neuklima Schokobaum. Der geht jetzt ein bisschen anders auf als der alte. Und zwar erstmal mit einem solchen vielpannten Schlüssel. Den bekommt ihr auch noch an ein rosa-farbenes Schlüsselbändchen unten. Dann sind wir für bereit. Und hier an der linken Seite findet sich quasi das Schloss dafür. Jetzt ist das Ganze zu. Jetzt ist das Ganze zu. Ihr habt gerade schon gesehen, was ich mache. Also ich nehme den, stecke den irgendwie da rein, völlig egal, und öffne das ein. Kann dann stecken bleiben oder ich nehme raus, völlig wurscht. Dann kann ich eigentlich egal wo rein und die Befüger einmal komplett zur Seite schieben. Also man kann die wirklich bis auf den Anschlag schieben. So, jetzt merkt man, es geht nicht mehr weiter. Und zum Befüllen der Trommel drücke ich diese beiden Dinger hier nach unten gleichzeitig und hole das Ganze raus, auch bis zum Anschlag. Und dann könnt ihr von der Seite aus befüllen. Da könnt ihr euch ein Höckerchen nehmen, da könnt ihr den Trichter nehmen und einfüllen. Und jetzt ist das quasi hier auch verhakt. Das heißt, um es wieder rein zu machen, muss ich noch einmal mit meinen Fingern hier runterdrücken, nach innen. Da kann man auch auf die Finger aufpassen. Das hier könnte ich irgendwie so ein bisschen, das muss man so ein bisschen hochschieben. Und dann nehme ich die Tür einfach wieder beiseite und mache zu. Das war's. Danke dir. Super.